Hallo zusammen, ich wollte ja den vierten Teil der Adrinette Story hochladen, den habe ich aber noch nicht hochgeladen, weil ich den ja erst ab 15 Abonnenten hochladen wollte, aber das dauert ja schon so lange und deswegen wollte ich das Video heute schon hochladen, obwohl ich 14 Abonnenten habe, nicht weit entfernt von 15, also irgendwann, bald, vielleicht ab 20 Abonnenten werde ich vielleicht so ein Abo Special hochladen, mal sehen wie das so läuft, also gerade habe ich jetzt alle Klassenarbeiten hinter mir, also kann ich jetzt mehr YouTube Videos hochladen und vielleicht auch mehr Stories. Ich habe geplant 8 Teile der Adrinette Story zu machen und heute lade ich also den vierten Teil hoch. Ich wünsche euch dann viel Spaß bei dem vierten Teil, ich lade den gleich nach diesem Video hoch.